Oder doch? Jetzt habe ich schon mal den Punkt, wo ich ansetzen muss. Jetzt ist es bloß wieder extrem schwierig. Ach, verdammt! Die richtige Stelle zu finden. Hallo, ich hatte doch gerade die richtige. Hä? Spiel willst du mich verarschen? Ja, das Spiel will mich verarschen. Okay, vergesst es, scheinbar kommen wir hier nicht rein. Momentan zumindest noch nicht. Aber auch das ist uns auf der Karte angezeichnet. Sturmbruch. Haben wir nicht? Töte den Riesen Sturmbruch. Wir können auch mal nach Sturmbruch und versuchen, ob wir den Riesenblatt kriegen, was wahrscheinlich nicht klappen wird. Aber ein Versuch ist es wert. Wenn es einer von den Riesen ist, denen ich schon mal begegnet bin, vergiss es. Ach nee, da ist so'n... Was ist das? Ein Eistroll? Verdammt normal. Komm schon, Eistroll! Ah, ruckelt! Okay, Eistroll ist scheiße. Aber machbar. Aber machbar, deswegen... Ach, jetzt hab' ich das Ding wieder nicht, ne? Moment. Ähm... Hab' ich den Orkischen nicht mehr drin, ne? Nee. Okay, ich werd's noch mal probieren. Komm schon! Objekte. Äh, Zaubertränke. Zaubertränke. Ich hab' auch ge... Äh... Ich bin gut. Wir werden stärker. Das ist sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja. Perfekt. Wenn der Eistroller liegt. Halt. Ähm, ja, da bin ich jetzt schon so'n bisschen stolz auf mich. Dass ich's geschafft hab' einzulegen. Das heißt, das nächste Mal, wenn einer kommt, muss ich nicht immer wieder wegrennen. Sondern kann probieren, ob ich ihn... platt bekomme. Wo ist er denn? Bin ich jetzt richtig auch? Ja, ne? Ja, ist Stumpu. Da ist ein Mammut. Mammuts. Den will ich mich nicht anlegen. Hier, das ist er. Hey, du! Okay, vergesst den Riesen. Wir gehen da lang. Mammut schon plattgekriegt mit jede Menge Pfeile. Ähm. Aber er macht nicht mehr One-Hit. Gut, klar. Der am Anfang. Da haben wir auch noch keine Level gehabt. Nix. Äh, von dem her sind wir schon, schon, äh, ordentlich stark geworden. Aber er ist immer noch zu stark. Er schleudert uns nicht mehr 15 Kilometer in die Luft. Wänensteine entdeckt. Da sind da wieder irgendwelche... ...Zombie... ...Spinnen... ...Gedönse-Dinger. Ach, die... Ach, ihr kleinen Ficker. Drecks Eisgeister, ey. Wie ich euch hasse. Ach, komm schon. Mann, ey. Eisgeister sind scheiße. Ohne Witz. So, aber auch die sind machbar. Wenn's nicht grad 15 auf einmal sind. Man sieht halt auch nichts. Das ist immer das Problem. Ich hör sie bloß. Wo? Hallo? Nein, ich hör sie bloß. Eisgeister, komm her. Alter. na nein der hat mich natürlich wieder erwischt der letzte so na komm her nach ja wahrscheinlich was stimmt denn mit euch nicht ich muss weg ja komm ich sehe euch nicht verdammt nochmal wir brauchen unbedingt mal ein ding für zaubertränke wo bist du man ok das war die nummer eins und das war die nummer zwei ich hoffe jetzt kommt nicht noch mehr hier aber so wie es aussieht sieht es gut aus eisenpanzern schule nö und das ding auch nicht wer du bist weiß ich leider nicht mehr und hier ist nichts von gebrauch speichern ab unsere stats noch wieder ein bisschen hoch das ist doch schon mal sehr gut bin ich immer noch naja doch sind wir gleich da sollten wir zumindest oh bitte lass das jetzt aber keine heiß geister sein ne frostbiss spinn wo ach da die die kriegen wir platt die anderen auch sind das auch frostbiss spinn ja sind sie komm schon komm zack finishing ok ich weiß immer noch nicht wo der eigen ist da wo wir hin müssen aber wir müssen ja theoretisch schon ziemlich nah dran sein muss doch hier oben irgendwo sein dämmerlichtspalte ok gut speichern versuchen unser glück das nächste buch zu beschaffen wobei beim ersten mal hat es ja auch geklappt ziemlich gut glaube ich wir schleichen uns wieder an vielleicht funktioniert es ja wieder dass der stat hoch geht doch 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 was war das hier drüben da geht gesetzloser zack einmal bam keine augen dann sind das wieder so die von denen ich mein schild habe solche halt nicht da ich wollte ich wie heißt ihr banditengesetzlose ok ok aber mit denen hatten wir da auch keine probleme langsam da ist was den schießen wir jetzt ab achtung habt ihr jetzt nicht gesehen habt ihr jetzt nicht gesehen ja es sind die falmer die jetzt hierher kommen und von mir wieder gestrickt werden. Äh, wie seid denn ihr hier rübergekommen, verdammt? Wie ist der denn hier rübergekommen? Von da, hä? Ja, ne? Ey, ich bin verwirrt. Der ist von hier runtergesprungen, nehme ich an. Ach, ich muss hier runter. Ah, okay. Na, mein Freund. Soll ich auch mal auf dich schießen? Ich hab ja auch einen Bogen. Na, warte. Na, warte, mein Freund. Na, warte. So, ein Schuss noch. Komm schon. Zack. Sehr gut. Nehmen wir den auch erledigt. Die nehmen wir mal mit. Ähm. Und der ist da auch. Können wir alles brauchen. Speichere. So. Tasten uns langsam wieder nach vorne. Ne, Spass. Wir. Alter. Die Tür finde ich ja geil, oder nicht? Hätte ich auch gern. Spinnen. Achtung. Ah. Skiver. Zack. Weck ich dir. Hi. Komm schon. Zack. Alter, das war krass. Heidewitzka. Okay. Hat's hier irgendwas? Gucken, dass uns da keiner überrascht. Doch. Alter, was willst du denn von mir? Was hat der mit mir gemacht, ey? Hab ich dich schon? Doch, dich hab ich schon. Da ist nochmal irgendwas. Da ist nochmal irgendwas. Da ist wieder so ein dämlicher Bogenschütze. Alter. Wo bist du, du Bastard? Da bist du, ey. Dich noch richtig kalt, alter. Zack. Du hast gar keine Chance, man. So sieht's nämlich aus. Ah, die Spielzeuge nehmen wir auch mal mit. Und hier sieht's schon... Äh... Ich hab keine Ahnung, was das für ein Zeug ist. Hab ich dich jetzt durchsucht? Ja, dich hatte ich schon. Skiver will ich nicht. Ah. Pfeil. Das Tropfeln. Ey, wie geil. Ich hab Gänsehaut. Hopp, hopp, hopp. Okay, hier drinnen irgendwas. Pilze nehmen wir mit. Pilze. Das ist ne Truhe. Ne. Die können wir nicht tragen dann. War da nicht grad wieder irgendwie was? Ah, hier runter ist weiter, okay. Ähm, ja, ich weiß, ich trage zu viel. Ach, ich blöd. Oh, da liegt einer. Jetzt ist die Frage, da hoch oder da runter? Was sagt denn die Map? Der Map ist das scheißegal. Wir müssen da hin. Ach, wir gehen jetzt einfach mal hier hoch. Fertig aus. Wow, was ist das? Alter, was ist das? Ah, jetzt greift's an. Ich hab es. Hey, hey. Ich kenn das Viech aus den Ladescreens, aber... ...noch nie eins gesehen. Krass. Cool. Cool, krass. Ähm, die kommen natürlich alle nicht damit klar. Deswegen sterben die auch bei den Viechern hier. Geht's denn jetzt lang? Hier ist... ...irgendwas. Ein Topf. Super. Okay. Ähm. Das ist eine Falle. Deaktivieren wir gleich mal. Nochmal speichern. Und wir hätten jetzt... Achso, das ging jetzt... Ja, genau. Das ging jetzt eh plus einmal im Kreis. Von dem aber war's grad egal. Wo wir jetzt lang sind. Ähm. Gut. Okay. Okay. Wir werden dafür bezahlen, dass ihr nicht bestollen hast, augenlos entbissgeburt. Okay. Da wird schon wieder gekämpft. Ich hoffe, die schlachten sich da oben ab, dann hab ich's einfacher. Da kann ich euch wesentlich besser ausrauben. Tomäteös. Banditenmarodeur auch. Ach, der hat da gar nichts drauf. Oder... Achso. Ne, das war wahrscheinlich das Viech. Der hat den schon... Natürlich kannst du mich nicht besiegen. Du Pfeife. Du hast nicht echt gedacht, dass du mich besiegen kannst. Ach, cool. Stärker. Nicht schlecht. Ähm. Dann muss aber... Irgendwas muss weg. Du kommst weg. Finde ich gut. Ist zwar kein Schwert, aber es ist stärker. Ähm. Jede Menge beschädigte Bücher. Seelenstein. Zaubertränke. Tomäten. Warte, haben wir hier. Gestohlene Schatten. Taschendiebstahl. Cool. Ja, wir sind halt schon bei 43. Ich weiß nicht, ob das viel ist, aber deswegen hat es halt vorhin nicht immer funktioniert. Ähm. Mit... Mit dem Klauen. Also, als ich vorhin geklaut habe, ist das nicht hoch, äh, aus dem Grund. Ich will eine Laufe. Aber die ist zu schwer. Dann lassen wir die Laute eben da. Ähm. Kröpiger verschrocken. Was hat denn mein Helm für ne... Äh. Ich... ...weiß leider nicht. Stahlplatten. Ähm. 48. Beschwörung. Wiederherstellungszauber. Steigert Magikraum. 40. Ähm. Wo ist denn mein Helm? Hier. 50. Hm. Hm, 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 hm. Alter. Überall so dämliche... Ah, Motte im Glas. Nein. Ach, komm schon. Ähm. Ne, die Motte im Glas will ich behalten. Die kommt auf meinen Nachttisch. In meinem Haus. Ähm. Wir schmeißen... ...das Bügelheisen weg. Das hab ich glaub eins in meinem Haus liegen. Ah, die Wolfskönigin Buch 1. Haha. Geil. Dann nehm ich doch glatt die Flöte dafür mit. Nach dem Buch hab ich nämlich schon gesucht. Nach dem Buch hab ich nämlich schon gesucht. No Es wird geschirret. Ich möchte, bitte